Doppelbesteuerung der Rente. Millionen Rentner werden betrogen und arglistig getäuscht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell sorgt ein Interview in der Frankfurter Rundschau für doch erheblichen Wirbel. Der Steuerberater aus Mannheim, Heinrich Braun, und der Finanzmathematiker Klaus Schindler haben dort mal dargelegt, was denn hier eigentlich zurzeit gerade im Klageverfahren bei dem Bundesfinanzhof und bei dem saarländischen Finanzgericht los ist und warum Finanzämter versuchen, Rentnerinnen und Rentner zu täuschen und aus dem Verfahren zu drängen. Der Heinrich Braun, der Steuerberater aus Mannheim, ist in den Klageverfahren federführend und das ist auch der Mann, der mit dem Klaus Schindler zusammen einen aufsehenerregenden Beitrag veröffentlicht hat, wo es um die mathematische Herleitung der Doppelbesteuerung der Rente geht. Laut dem Bundesverfassungsgericht ist ja eine Doppelbesteuerung grundsätzlich verboten. Ich hatte ja kürzlich dazu ein Video veröffentlicht und mal das Thema Doppelbesteuerung dargelegt und wann Doppelbesteuerung vorliegt. Es ist schlichtweg verboten, dass das, was während dem Arbeitsleben schon mal besteuert wurde, dass das auch im Ruhestand, in der Rentenphase noch mal besteuert wird. Wenn also jemand im Jahr 2000 in Rente geht und 35 Jahre Beitragszeiten hat, dann liegt der Besteuerungsanteil der gesamten Rentenbeiträge, die er eingezahlt hat, bei rund 40 Prozent. Und wenn er in der Auszahlungsphase im Jahr 2000 praktisch nur 20 Prozent seiner Rente steuerfrei bekommt, dann kann ja jeder sofort erkennen, dass hier was nicht stimmen kann. Also liegt Doppelbesteuerung vor. Hätte man das Rentenrecht und das Steuerrecht, so sagt es der Herr Braun und der Herr Schindler, so gestaltet, dass 40 Prozent der Rente steuerfrei wären, dann hätten wir heute keine Doppelbesteuerung, bezogen auf das Beispiel. Millionen Rentnerinnen und Rentner, so sagen es diese beiden Herren, werden durch den Staat und die Finanzämter bedrohen. Sie zahlen zum Teil Einkommenssteuern auf etwas, was sie schon in der Ansparphase mit Steuern gezahlt haben. Und zwar geht es hier um die sogenannten Rentenbeiträge aus versteuerten Einkommen. Und der Betrug geht wohl in die Milliarden. Man redet hier von 20 Milliarden Euro im Jahr, die der Staat zu viel Steuern einstreicht. Und es geht sogar noch weiter. Ein ganz massiver Vorwurf von dem Herrn Braun, der sagt, dass die Finanzämter die Rentnerinnen und Rentner massiv unter Druck setzen und versuchen, die Betroffenen aus Einspruchsverfahren zu drängen. Hintergrund ist, der Rentner legt gegen seinen Steuerbescheid Einspruch ein und beantragt das Ruhn des Verfahrens unter Verweis auf die Musterverfahren, die zurzeit beim Bundesfinanzhof in München anhängig sind. Das haben ca. eine halbe Million betroffene Rentnerinnen und Rentner gemacht. Und genau hier ist dann unser lieber Bundesfinanzminister auf den Plan getreten und hat im Rahmen einer, naja, geheimen Absprache im Jahr 2020 mit den Ländern vereinbart, dass man hier eine einheitliche Vorgehensweise in den Einspruchsverfahren vornimmt. Die Finanzämter schicken den Betroffenen nach eingelegten Einspruch ein Schreiben zurück und fordern diese Leute auf, doch dezidiert nachzuweisen, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt. Was genau in dieser Absprache des Finanzministers drinsteht, ist geheim gehalten. Aber der Steuerberater Braun hat wohl auch den Finanzminister und das Finanzministerium auf Herausgabe und Veröffentlichung dieser Absprache verklagt. Das Gemeine an der ganzen Geschichte ist, dass die Finanzämter sich an eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs von 2016 orientieren und diese auch noch zitieren. Und behaupten, dass der Rentner oder die Rentnerin nachweisen müssen, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt. Und ganz ehrlich, das ist gelinde gesagt falsch. Quatsch. Ich würde sogar sagen Quatsch. In dem besagten Urteil vom BfH 2016 steht nirgendwo geschrieben, dass der Kläger oder die Verfahrensbeteiligten in dem Einspruchsverfahren auf dem Punkt genau nachweisen müssen, dass mathematisch eine Doppelbesteuerung vorliegt. Das steht da nirgendwo geschrieben. Sondern der BfH sagt nur, und das ist aus meiner Sicht natürlich korrekt, dass der Steuerrentner für das Verfahren bestimmte Nachweise vorbringen muss. Das heißt also, er muss ja dem Richter sagen, Richter, ich habe ein Problem, hier liegt Doppelbesteuerung vor und ich habe folgende Unterlagen, die das belegen können. Und genau das ist es, was der BfH auch von dem Rentner oder der Rentnerin verlangt. Das heißt also, entweder lege ich alle Steuerbescheide vor, die ich habe. Und wenn ich keine habe, dann ist es das Einfachste, was ich vorlegen kann. Ich lege den Rentenbescheid vor. Vollständig mit Versicherungsverlauf. Denn aus dem Versicherungsverlauf kann ich nämlich herausrechnen, wie viele Beiträge ich im besagten Zeitraum von 2005 meinetwegen bis 2020 an die Deutsche Rentenversicherung bezahlt habe. Und dann kann das Finanzamt genau ausrechnen, wie hoch der Besteuerungsanteil in der Ansparphase war und wie hoch der Besteuerungsanteil in der Rentenphase ist. Und dann wissen wir alle, ob eine Doppelbesteuerung vorliegt oder nicht. Der BfH in seiner Entscheidung 2016 hat grundsätzlich nicht verlangt, dass der Steuerrentner mathematisch nachweisen muss, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt. Eines ist auch klar. Sollte der BfH zugunsten der beiden Kläger entscheiden, dann geht es wirklich um viel Geld, um Milliarden. Und der Bundesfinanzminister weiß das auch. Und deshalb steht er auch so massiv unter Druck. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ach so, ich habe es ja fast vergessen. Wenn Sie Ihren Steuerbescheid bekommen, dann bitte unbedingt Einspruch einlegen und das Verfahren ruhen stellen. Dazu gibt es Muster im Internet, die Sie sich runterladen können. Wenn das Finanzamt nicht mitmacht, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Der soll die entsprechenden Unterlagen an das Finanzamt schicken und dann das Verfahren beantragen auf Ruhestellen. Amen. Okay.